Hallo liebe Interessenten, mein Name ist Joseph Hüdel. Ich bin seit mehr als 50 Jahren oder war seit mehr als 50 Jahren im Netzwerkmarketing tätig, im klassischen Netzwerkmarketing und habe die letzten Jahre davon mehr oder weniger nur mehr Führungskräfte gesucht, vermittelt, eingepflegt und betreut. Nun aber, die Zeiten verlangen neue Ausrichtung unserer Aktivitäten, denn unsere Agentur beschäftigt sich ja mit dem Geschäftsaufbau von Home-Based Business, von klassischem Netzwerkmarketing und in den letzten Jahren jetzt die digitale Schiene, also digitales Netzwerkmarketing. Und hier haben wir eben aufgrund der Situationen eben eine Variante angeboten, nicht nur, dass wir Führungskräfte vermitteln, sondern dass wir eine komplett neue Geschäftsidee, eine Geschäftsmöglichkeit, nämlich genau den Partnern, den Unternehmen bieten, die es als Vorsorge oder die es als Alternative oder die es als zweites Standbein organisieren wollen, aber dafür eben wenig Zeit haben, auch keine Vorkenntnisse haben, wie funktioniert digitales Networkmarketing heute oder überhaupt, wie funktioniert dieses Business und wie kann man es in relativ überschaubarer Zeit zu einem lukrativen Einkommen, der eben dem Einkommen eines Unternehmens gerecht wird, hinbekommen. Ja, diese Variante für Unternehmer bieten wir jetzt, uns bietet unsere Agentur Transvolt Consulting International hier in Europa, vorerst in Europa an, also Unternehmen, die ein zweites Standbein suchen oder die eine Absicherung suchen, für den Fall der Fälle, egal was auch immer noch die Pandemien bringen, ein Switchen in eine neue, in eine andere Einkommensart, günstiger ist, interessanter ist oder sogar notwendig ist. Und genau für diese Interessenten, genau für diese Unternehmer stehe ich jetzt hier zur Verfügung, um zu unterstützen, als Mentor zu begleiten und als Organisator, den ich ja 50 Jahre oder mehr als 50 Jahre auch bei den anderen Business gemacht habe, das ist klar, denn entweder man baut dieses Business von unten nach oben auf, Schritt für Schritt oder man kann es von oben nach unten aufbauen, in dem man eben die entsprechenden Werbebudgets eben einsetzt und als Fachmann auf dem Gebiet im Aufbau und natürlich auch im Bereich der Werbung und der Werbeaktivitäten, als akademisch gewährter Werbekaufmann mit dem Zusammenspiel mehrerer Agenturen, mehrerer professionellen Partnern aus den verschiedenen Bereichen, sei es jetzt aus dem digitalen Bereich, aus dem Werbebereich und der Werbegestaltungsbereich und so weiter, habe ich ja die Möglichkeit, entweder in Kooperation die dazu zu holen oder sie sind sowieso schon in unserer Agentur, Transport Consulting, DWC, ist John, drin oder mit tätig. Und kann natürlich jetzt auf diese qualifizierten Persönlichkeiten zurückgreifen, um ein Gesamtpaket den Unternehmen zu bieten, damit eben ein lukratives Zweiteinkommen oder ein lukrativer neuer Einkommensstrom für den Unternehmer, auch für den gestressten Unternehmen, der keine Zeit hat und Sorgen hat, auch der kann sich jetzt ein zweites oder erneuerlich eine neue Selbstständigkeit dazu aufbauen, wo er keine Reisetätigkeiten hat, wo er keine in, außer der Aufbau, die Werbe, das Werbebudget, aber sonst keine weiteren Späßen hier aufbauen, weil dieses Business überwiegend auf Long Distance, also im digitalen Bereich funktioniert. Natürlich mit den von uns gemeinsam mit den Experten ausgearbeiteten Tools und Programmen, und da ist alles fix fertig und steht ab sofort echten Interessenten zur Verfügung. Wenn Sie interessiert sind und wenn Sie sich ein zweites oder ein zusätzliches Standbein oder einen zusätzlichen Einkommensstrom aufbauen oder aufbauen lassen oder unterstützen lassen von uns, dann sind wir gerne bereit, auch mit Ihnen und Ihnen dieses Konzept in Ruhe einmal darüber zu reden. Wenn es passt, kann ich garantieren, ist es eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil dieses sogenannte passive Einkommen dann bis ins hohe Alter, also bis ans Ende ihrer Tage oder der Tage, eben, die wirklich machbar ist und funktioniert, weil wir eben keine Personalkosten haben, weil wir keine Reisekosten haben und, und, und. Also, eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie gesagt, für Leute, die es sich leisten wollen und leisten können, sich das Business sozusagen großteils aufbauen lassen zu können. Funktioniert nicht mit jedem, funktioniert mit uns, aber eben auch dann nur dann, wenn die entsprechende Bereitschaft da ist, diese Aufbaukosten eben zu übernehmen. Dafür kommen Sie in den Genuss, dass Sie von oben nach unten aufbauen können, dass Sie von Start weg zumindest schon die Position Ihres Präsidenten tilten haben und eben dann mit dem Aufbau der nächsten, der nächsten Ebenen eben dann auch die finanzielle Ausstattung für diese Position dann bekommen. Darüber bin ich gern bereit, mit Ihnen darüber zu reden und Ihnen weitere Informationen zu geben, aber bitte nur für echte Interessenten. Wen klicken Sie bitte unten auf den Button für die Anfrage, der Info-Anfrage und nicht vergessen, unbedingt, wichtig, Name, Vorname, Telefonnummer, Skype, ganz wichtig, und E-Mail-Adresse, diese Dinge brauche, dann werde ich mit Ihnen per Skype mit Bild und Ton, auch von beiden Seiten, dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen, dann können wir das Ganze mal vorab und mal großen und ganzen zu besprechen. Die Zeit werden wir uns dann nehmen. Also, wenn es passt, dann passt es. Wenn es für Sie passt, dann wird es mich freuen. Und ja, einfach informieren. Informieren kostet nichts. Diese Variante steht einem, wie gesagt, Unternehmen ab sofort zur Verfügung. Alles Liebe. Tschüss. Baba.